Elisio Diego von den drei Schwestern de las Hermanas aus Divertimentos, La Habana, 1946 Lesung und Übersetzung aus dem kubanischen Spanisch Mark Pusch, 2021 Von den drei Schwestern Es waren einmal drei Alte, die ein ganz klein wenig verrückt waren und die in einem weißgestrichenen Häuschen am Rande des Dorfs wohnten. Sie hatten in ihrem Salon einen großen Teppich, der recht eigentlich gar kein Teppich mehr war, sondern nur noch aus seinen wichtigsten Fasern bestand. Wir können ihn getrost das Skelett eines Teppichs nennen. Und mit ihren schönen silbernen Scheren schnitten sie von Zeit zu Zeit einen der Fäden ab oder fügten einen roten oder weißen hinzu, so wie es ihnen gerade in den Sinn kam. Senor Veranis, der Arzt des Dorfes, suchte sie jeden Freitag auf, trank ein Tässchen Kaffee mit ihnen und verschrieb mal diese und mal jene heilsame Tinktur. Was macht meine Alte? fragte lächelnd Senor Veranis eines Tages, als sich eine der drei plötzlich erhob und sich Schrittchen für Schrittchen dem Teppich näherte, die Schere in der Hand. Ach, antwortete eine der anderen, was kann man da schon tun? Für den armen Bischof von Valencia war es ja höchste Zeit. Denn die drei Alten bildeten sich beharrlich ein, sie seien die drei Parzen. So kam es, dass der Herr Dr. Veranis angesichts solch großer Unschuld genüsslich lachte. Eines Freitags erwarteten ihn die drei mit außergewöhnlicher Ungeduld. Der Kaffee duftete stärker denn je, und diesmal gaben sie ihm ein schön besticktes Kissen für den Kopf. Sie schienen besorgt, und sie sprachen mit ihm, nicht in der gewohnten Lebhaftigkeit. Um halb sieben machte eine von ihnen Anstalten, sich zu erheben, aber schließlich seufzte sie. Ich kann nicht, und ließ sich wieder in den Sessel zurückfallen. Und, sich zur Ältesten wendend, sprach sie, es ist die Reihe an dir, Anna Maria. Und die Älteste, die traurig zum Verdutzen Senor Veranis hinüberschaute, näherte sich vorsichtig dem fadenscheinigen Gewebe, und mit ihrer schönen Silberschere schnitt sie einen dicken, vertrauensseligen Goldfaden ab. Der Kopf des Herrn Doktor fiel sogleich wie ein schweres Gewicht auf seine Brust hinab. Seit dieser Zeit erzählte man sich im Dorf, dass die drei Alten im Nebel geistiger Umnachtung den Kaffee des Doktors vergiftet hätten. Bevor sich jedoch dies Gerücht verbreiten konnte, waren sie bereits in ein anderes Dorf gezogen, und es war ums Verderben nicht gelungen, die drei Alten wieder aufzuspüren. Sie hörten Elisio Diego Von den drei Schwestern De las Hermanas Aus Divertimentos La Habana 1946 Lesung und Übersetzung aus dem kubanischen Spanisch Mark Pusch 2021 Widerstand Widerstand Lesung und Übersetzung cualn ogrom Untertitelung des ZDF, 2020